Hallo liebe Mitglieder, wir möchten es uns nicht nehmen lassen, euch natürlich über eine gute und gesunde Ernährung auch in Zeiten der Corona-Krise aufzuklären. Besonders wichtig ist hierbei die Stärkung eures Immunsystems. In den folgenden Tagen kommen tolle Videos über verschiedene Themen, wie ihr eure Immunabwehr aktivieren könnt. Mit Hilfe von wichtigen Vitaminen, Mineralien und weiteren Nährstoffen. Kevin und ich als Ernährungscoaches werden euch gesund durch die Corona-Krise führen mit tollen Tipps und Tricks. Bleibt gesund und freut euch auf die nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.